Hallo zu einem neuen Video von eMeise. Heute ein bisschen erschwerte Bedingungen und ein ganz besonderes Video. Ich habe euch vor kurzem gefragt, ob ich auch mal Videos über was anderes machen soll und der Tenor war tatsächlich, ja, probiere es einfach mal, mach das, was dich interessiert, mach das, was dir Spaß macht. Vielleicht interessiert es nicht die ganze Community, aber den einen oder anderen Zuschauer vielleicht doch. Und deswegen gibt es heute ein Video unter etwas erschwerten Bedingungen, weil die Kamera, mit der ich filme, ist eine andere, wie ich das normalerweise mache und ich hoffe, dass die das wenigstens in Ansätzen genauso bringt. Warum filme ich mit einer anderen Kamera? Weil die eigentliche Kamera, um die es heute nämlich auch gehen soll, die habe ich hier in der Hand und das ist meine Kamera, mit der ich normalerweise die meisten der Videos mache. Wenn ich Videos in den Autos drehe, dann ist das oft mit diesen typischen Actioncams, mit diesen GoPro-Kameras. Aber heute soll es hier um meine hauptsächliche Foto- und Videokamera gehen. Es geht heute also um die Olympus OM-D Mark II, also OM-D M1 Mark II, die ich hier in meinen Händen halte und die ich schon tatsächlich habe, seit sie auf den Markt gekommen ist und das auf den Markt gekommen ist, nicht Mark II, sondern Markt gekommen ist. Und das ist tatsächlich schon meine zweite OM-D Kamera. Ich hatte tatsächlich den Vorgänger, die Mark I Kamera schon und habe sie dann durch die Mark II ersetzt. Und in diesem Video möchte ich euch erzählen, warum ich mit Olympus fotografiere und dann auch noch hier mit so einer sogenannten spiegellosen Kamera und dann auch noch mit einem kleinen Format und warum ich damit auch noch filme. Ich habe früher, bevor ich angefangen habe, YouTube-Videos zu machen, eigentlich nur fotografiert. Und das ist ein Hobby, das mich schon tatsächlich, ja, eigentlich seit meiner Abiturszeit begleitet, also fünf Jahre oder so. Naja, und zwar hat mir damals mein Vater, weil der selber so ein bisschen begeisterter Hobbyfotograf war, aber das nie irgendwie intensiv betrieben hat oder so, der hatte immer so eine ganz kleine, übrigens auch eine Olympus-Kleinfilm-Kamera, keine Spiegelreflex oder sowas. Der hatte mir damals zum Abitur Geld geschenkt und gesagt, kauf dir eine vernünftige Kamera davon. Und ich habe mir damals eine, ich glaube, es war eine Minolta Spiegelreflex-Filmkamera, also noch mit diesen richtigen Filmen gekauft. Das kennt man heute ja gar nicht mehr, wo alles digital ist. Und bin mit der, mit einem ganz normalen Objektiv, das es eben im Kit dazu gab, für das, was man sich eben damals so leisten konnte, losgezogen und habe quasi das Fotografieren gelernt. Also mit Blende und Verschlusszeit und all diesen Dingen. Und das war natürlich mühsam, weil man hat immer diesen Film gehabt mit 36 Bildern. Das Entwickeln war teuer. Und wenn, dann hat man es meistens im Drogeriemarkt gemacht. Die Bilder waren dann nicht so gut. Aber ich habe tatsächlich immer ein Büchlein in der Fototasche gehabt, wo ich mir aufgeschrieben habe, was habe ich eingestellt gehabt und warum ist das Bild so und so geworden? Wie habe ich es komponiert? Das ist natürlich in der Digitalzeit ein bisschen einfacher. Aber so habe ich quasi das Fotografieren gelernt. Ich habe dann viele Jahre eigentlich, ja, ich sage mal, zu Beginn des Studiums habe ich viele Jahre wenig fotografiert, bis gar nicht. Es war anstrengend. Es war mir auch zu teuer, das Fotografieren mit dem kleinen Film. Und das waren einfach Zeiten, wo das Fotografieren so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und dann kam aber diese Digitalkamera-Zeit. Und das war dann eben auch die Zeit, wo ich so mit den allerersten kompakten Digitalkameras ein bisschen rumprobiert habe. Und ruckzuck war es so, dass ich tatsächlich die Minolta-Kamera damals nicht mehr genutzt habe. Es hat dann viele Jahre gedauert. Ich habe erst mal mein Studium beenden müssen und meinen Beruf erlernen, bis ich mir überhaupt wieder eine Kamera, eine gescheite Spiegelreflex-Digitalkamera leisten konnte. Das war dann eine Nikon-Kamera, ein sogenannter APS-C-Sensor, also kein Vollformatsensor mehr. Bei der Minolta hatte ich ja im Prinzip ein Vollformat-Kamerasystem. Auf das wird das ja heute berechnet, auf diese kleinen Bildfilme. Und ich habe dann mit dieser Nikon-Kamera wirklich sehr lange und sehr viel fotografiert. Es war eine Nikon D7000. Ich hatte dann mit der Zeit auch wirklich richtig gute Objektive dafür. Habe mir sogar zwei Profi-Objektive gekauft. Das Standardobjektiv, was glaube ich 24-70mm im Kleinbildformat bedeutet hatte, mit einer festen Blende von 2,8 oder einer durchgehenden Blende von 2,8 und das Pendant im Zoom-Bereich hatte ich auch gehabt. Das war das 70-200er Zoom, was wirklich zwei wahnsinnig gute Objektive waren. Ich habe damit viel fotografiert. Ich habe es geliebt. Allerdings kam dann irgendwann tatsächlich der Aspekt des Gewichtes auf. Und wir hatten einen Städtetrip gemacht, Marisa und ich, nach Belgien, nach Brügge. Und ich hatte dort sogar einen Street-Fotografie-Kurs gebucht gehabt. Das hat super Spaß gemacht damals. Und trotzdem, ich habe mich wirklich totgeschleppt an diesem Equipment. Und ich habe dort zum ersten Mal begonnen, mit der Größe von Spiegelreflexkameras und den Objektiven ein wenig zu hadern. Und dann kam es tatsächlich, dass mein Standardobjektiv, das 24-70mm, kaputt gegangen ist. Das Autofokus-System war defekt. Das war ein gebrauchtes Objektiv, was ich mir damals gekauft hatte. Und mit diesem kaputten Autofokus-System, das wären Reparaturkosten gewesen, die einfach weit über dem gewesen wären, was das Objektiv damals noch wert war. Und dann war so die Überlegung, kaufe ich mir einfach ein neues Objektiv? Das Original Nikon war mir eindeutig zu teuer. Oder so ein bisschen geliebäugelt habe ich eigentlich immer mit diesen Olympus-Kameras. Und ich gebe es zu, die Kamera, die jetzt gerade filmt, die hatte ich zu dem Zeitpunkt schon. Das war nämlich eigentlich eine winzige Olympus-Kamera, aber mit dem ziemlich gleichen Chip, der hier auch verbaut ist, der Sensor. Also der Sensor ist hier ein bisschen moderner, aber das waren diese Olympus-Pen-Kameras, also auch Wechselobjektiv-Kameras. Also ich kann auch bei der Kamera, die jetzt filmt, die Objektive wechseln. Und ich kann auch diese ganzen Objektive, die ich euch jetzt dann auch gleich zeigen will, auf diese winzige Kamera draufschrauben. Und die hatte mir tatsächlich ganz schön Spaß gemacht. Und ich muss sagen, die Bildqualität war auch okay. Vor allem, wenn man von APS-C kam, war eben dieser sogenannte Micro Four Thirds Sensor gar kein so riesen Unterschied. Aber natürlich, wenn man seit vielen Jahren Hobbyfotograf ist und rummacht damit und auch immer so ein bisschen vom Vollformat träumt, dann war die Hürde, zu einem noch kleineren Sensor zu wechseln, ganz schön hoch. Aber irgendwie haben mich diese Olympus-Kameras wirklich begeistert. Sie haben eine perfekte Bauform. Es hat mir einfach so, diese klassische Bauform hat mir schon immer irgendwie gut gefallen in den Prospekten, auch wenn ich sie im Fotogeschäft mal in der Hand hatte. Und es gab davon auch schon ein bisschen eine kleinere Version, die ziemlich beliebt war bei den Hobbyfotografen. Und dann kam der Vorgänger dieser Kamera auf den Markt, also die Mark 1 Version der OM-D M1. Und die habe ich mir dann tatsächlich gekauft. Es war der Zeitpunkt, ich stand genau am Scheideweg, was mache ich mit meinem Nikon-System und ich habe es komplett verkauft. Ich habe natürlich für dieses System noch damals ein bisschen was bekommen, weil die Objektive ja gut waren, bis auf das leider defekte Objektiv. Und habe mir dann diese Kamera mit genau diesem Objektiv gekauft. Und im Prinzip entspricht dieses Objektiv dem, was ich vorher hatte. Das ist jetzt auf das Kleinbildformat gerechnet, ist das ein 12 bis 40 Millimeter durchgehende Blende 2,8. Da dieser Sensor aber so klein ist, der hier drin verbaut ist, muss man diese ganzen Daten immer mal 2,0 rechnen. Also das ist der sogenannte Crop-Faktor. Die meisten von euch, die das Video anschauen, sich ein bisschen auskennen, die kennen das Spielchen bestimmt. Also dieser Sensor hier drin, der ist wirklich relativ klein. Also was heißt Sensor? Also der Chip, den man hier sieht, der ist also ziemlich klein in so einer Kamera. Der ist, naja, auf jeden Fall so etwa, naja, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube so 2 Drittel oder sowas von einem Vollformatsensor oder sogar noch kleiner. Sondern es interessiert mich eigentlich tatsächlich nicht mehr. Damals habe ich diese ganzen Zahlen und Daten im Kopf gehabt, weil ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, ob ich von der Bildqualität, von der Sensorqualität einen Schritt nach unten machen will, im Vergleich zu vorher. Und ich habe es tatsächlich keine Minute, keinen Tag bereut. Ich habe diese Kamera bzw. ihre Vorgängerin damals gekauft und in die Hand genommen. Und man kann das nicht beschreiben. Ich war sofort zu Hause in diesem System. Ich habe unglaublich gern damit fotografiert. Ich bin jemand, der, wenn er fotografiert, hauptsächlich im manuellen Modus fotografiert. Also ich stelle mir die Blende und die Verschlusszeit immer manuell ein. Das ist bei diesen spiegellosen Kameras ganz toll, weil der Sucher hier, das ist im Prinzip einfach nur ein Display. Und es ist wirklich dieses What you see is what you get. Also ich sehe immer schon, was ich komponiere sozusagen mit diesen Einstellungen in dem Sucher, der auch tatsächlich sehr, sehr gut ist. Und ich habe es einfach geliebt. Ich werde euch im Laufe des Videos jetzt einfach mal Bilder einblenden, so nacheinander, die ich mit dieser Kamera gemacht habe. Ich habe früher ein bisschen Porträtfotografie gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann irgendwann habe ich den Sinn nicht mehr so ganz drin gesehen. Und das beschränkt sich im Moment eigentlich hauptsächlich auf Urlaubsfotografie, was ich mache. Und trotzdem, wir waren in Schottland mit dieser Kamera. Ich habe Porträtfotos gemacht. Das blende ich euch so nach und nach alles ein bisschen ein. Und ich bin wirklich nach wie vor sehr, sehr zufrieden mit den Bildergebnissen. Die Bilder sind natürlich, wenn ich sie vergleiche mit einem Vollformatsensor, nicht konkurrenzfähig. Das nennt man in der Fachsprache Pixel Peeping. Also sprich, man zoomt ganz weit in diese Bilder rein und schaut, ob sie irgendwo ein bisschen unscharf, ein bisschen krisselig sind oder was auch immer. Und gerade wenn es dann um Bereiche geht, wo wenig Licht da ist und man muss also diesen Sensor hier sehr stark auslasten. Man schraubt so mit dem ISO-Wert nach oben. Dann leidet natürlich die Qualität der Bilder bei so einem Sensor etwas mehr als bei einem Vollformatsensor oder einem APS-C-Sensor. Aber tatsächlich hat es mir immer ausgereicht. Und ich habe so unglaublich schöne und gute Bilder damit gemacht. Und ich habe diese Kamera tatsächlich einfach so gut wie immer dabei gehabt, wenn wir irgendwie und oder habe es auch immer noch, wenn wir unterwegs sind. Sie hat einfach eine Größe, die ist schon relativ groß und schwer. Vor allem auch zum Videos machen übrigens. Aber die Qualität ist einfach unglaublich. Die ist robust, die ist spritzwassergeschützt, staubgeschützt, wetterfest insgesamt. Also auch Temperaturen sind keine Probleme. Ich bin mit diesem Ding schon im Dreck gelegen. Was für mich eine wichtige Maßgabe für eine Kamera war, war eben ein sehr gutes Autofokus-System, ein schnelles Autofokus-System. Diese spiegellosen Kameras sind im Vergleich zu den klassischen Spiegelreflex-Kameras im Autofokus, naja, ich sage jetzt mal in der Zwischenzeit, relativ nahe dran. Es gibt jetzt sehr, sehr teure Systeme von Sony und auch von Nikon und so und auch von Olympus. Die kommen an die klassischen Spiegelreflex-Kameras, an die echten Sport-Kameras ran. Hier die OM-D M1, vielleicht nicht ganz, aber sie macht das wirklich gut. Warum wollte ich ein schnelles Autofokus-System? Einfach wegen Luna. Als Luna noch jung und knackig war und noch viel gerannt ist, da habe ich auch ein paar oder oft Fotos von ihr gemacht, also beim Spielen und mit der Frisbee und so weiter. Das hat wirklich diese Kamera immer hingekriegt, beziehungsweise ihre Vorgängerin. Und als dann dieses Modell hier rauskam, war das Autofokus-System noch ein bisschen besser, die Bildqualität noch mal ein bisschen besser und dann habe ich mir diese Kamera hier gekauft. Eine Kamera lebt oder steht und fällt, kann man fast sagen, aber auch immer mit den Objektiven. Und da muss man sagen, das ist eine Sache, die Olympus wirklich beherrscht. Dieses Standardobjektiv, das hier drauf ist, ihr seht, das ist auch kein kleines Ding. Das ist schon auch ein bisschen schwerer Brummer, aber eben nichts im Vergleich. Wenn man damit ein Standardobjektiv für Vollformat vergleicht, die sind also deutlich größer und schwerer. Und dieses Ding liefert eine Bildqualität, das ist wirklich sagenhaft. Und ich habe in der Zwischenzeit natürlich, als Hobbyfotograf erweitert man irgendwann. Irgendwann musste ich mein Nikon-System ja komplett ersetzen. Ich habe gerne Tiere fotografiert und mache es bis heute. Und dafür braucht man eben ein gescheites Zoom-Objektiv. Dafür baut Olympus auch für dieses System ein unglaublich gutes Objektiv. Das hier ist jetzt ein 40-150 mm, also wieder mal 2, 80-300 sozusagen. Auch durchgehende Blende 2,8 mit einem super System hier für die Sonnenblende. Das ist wirklich ein unglaublich gutes, schnelles und gestochen scharfes Zoom-Objektiv. Ich habe dann mir noch ein weiteres Objektiv, eine sogenannte Festbrennweite gekauft. Ihr seht, das Ding ist winzig im Verhältnis. Das sind 75 mm, also auf Kleinbildformat wieder gerechnet, 150 mm mit einer durchgehenden Blende von 1,8. Dieses Objektiv macht Bilder mit einer tiefen Schärfe. Und das ist wirklich unglaublich schön. Also ich habe tatsächlich vorher mit meiner Nikon-Kamera bei weitem nicht so schöne, vor allem auch Porträtbilder hinbekommen. Das ist lichtstark, da kann ich also auch im Dunkeln gut fotografieren. Das sind wirklich absolute Top-Objektive. Übrigens gleich wieder der Disclaimer, ich bekomme keinen Cent für das Ganze hier. Diese ganzen Objektive und Kameras und so habe ich mir vor Jahren selbst gekauft. Also das ist überhaupt keine Werbung. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem einblenden, damit niemand auf die Idee kommt, mich deswegen zu verklagen. Oder mir einen Anwalt auf den Hals zu hetzen. Also 75 mm, 1,8. Ein unglaubliches Objektiv. Und jetzt werden natürlich die Vollformat-Jünger wieder sagen, Ja, aber wenn ich eine Vollformat-Kamera habe, dann habe ich ja noch eine unglaublichere Tiefenschärfe. Das stimmt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte tatsächlich mit meiner Nikon-Kamera mit den, ich hatte auch da Festbrennweiten mit solchen Lichtstärken 1,8 oder irgendwie sowas. Also 50 mm, 1,8. Und da war es dann tatsächlich teilweise schwierig, den Fokus auch noch wirklich richtig zu setzen. Diese Kamera hier, die hat auch noch eine Gesichtserkennung, übrigens genauso wie die kleine, mit der ich gerade filme. Das heißt, sie stellt eigentlich, wenn ich das will, immer aufs Auge scharf. Das hat meine Nikon nicht gekonnt damals. Und ich hatte tatsächlich Bilder, da war die Nasenspitze des Modells scharf gewesen und die Augen schon nicht mehr. Und bei einer Vollformat-Kamera ist das noch viel brutaler, wenn man das mit so lichtstarken Objektiven macht. Und deswegen bin ich hier mit diesem System und diesen Lichtstärken mega glücklich und zufrieden. Ich habe hier auch noch ein anderes Objektiv. Ihr seht, das ist noch winziger. Das hier ist jetzt ein 45 mm 1,8 Objektiv, purstes Plastik. Also 45 mal 2 müsst ihr wieder rechnen, also 90 mm. Also auch schon leichtes Zoom-Objektiv. Aber selbst dieses kleine Plastik-Ding hier macht unglaublich schöne Farben und Bilder mit einer wunderschönen Tiefenschärfe. Und ich besitze hier noch ein 17 mm 1,8. Das sind die Festbrennweiten. Die benutze ich heute, wo ich sehr, sehr viel Video mache, gar nicht mehr so oft. Beim Fotografieren, beim Porträtfotografieren, habe ich die tatsächlich relativ viel eingesetzt. Ja, das ist das Equipment, mit dem ich quasi in diese Welt der Fotografie, der spiegellosen Fotografie gestartet bin. Und jetzt in der Zwischenzeit auch filme. Die Olympus-Kameras sind tatsächlich richtig, richtig gute Videokameras. Es gibt noch eine andere Firma, die auch in dem gleichen Sensorformat arbeitet. Das ist Panasonic. Da könnte ich also die gleichen Objektive benutzen, beziehungsweise ich könnte mir auch Panasonic-Objektive kaufen und da drauf schrauben. Und Panasonic hat tatsächlich den Fokus schon immer noch ein bisschen mehr auf Videografie gelegt. Das heißt, die Videofähigkeiten der Panasonic, zum Beispiel GH5, die sind tatsächlich noch eine Spur besser als bei dieser Kamera. Dafür machen die Panasonic-Kameras wieder so einen ganz kleinen Abstrich im Bereich der Fotografie. Da sind die Olympus-Kameras ein bisschen weiter vorne und mir gefällt einfach das Handling dieser Kameras unglaublich gut. Ich habe auch hier ein dreh- und schwenkbares Display, was beim Videografieren super ist. Und also für mich ist das trotz allem, obwohl die Panasonic-Kameras noch ein Spürchen besser sind, wirklich die perfekte Videokamera für meine YouTube-Videos. Ich filme übrigens nicht in 4K. Ich weiß nicht, ob das schon mal irgendwann jemandem aufgefallen ist. Ich habe schon von Anfang an in Full-HD gefilmt. Nicht, weil das meine Kamera nicht könnte. Die kann das auch. Selbst meine Action-Cams können das alle. Aber mir sind einfach diese Daten viel zu groß und ich wüsste nicht, warum ich in 4K filmen soll. Ich finde, die Videoqualität ist gut genug immer für das, was wir machen. Ich meine, jetzt sitze ich hier vor einem Greenscreen und labere. Warum sollte ich das in 4K machen? Mein Computer kommt ins Schwitzen, die Daten werden unglaublich groß. Und wenn man es ganz genau nimmt, kann 4K eigentlich sowieso kaum jemand anschauen, solche Fernseher oder solche Computer. Die meisten schauen diese Filme übrigens auf dem iPad oder auf dem Tablet oder auf einem Smartphone oder auf einem Laptop-Monitor. Also da sind wir sowieso meilenweit von 4K entfernt. Also ich filme in Full-HD, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber dann filmen andere wahrscheinlich schon in 5K. Also ich bin super glücklich mit diesem Equipment und ich habe immer auch so ein bisschen Auge geworfen gehabt auf die Sony-Systeme. Sony ist ja ins Vollformat-System eingestiegen, auch spiegellos. Ist da in der Zwischenzeit, soweit ich das beurteilen kann, absoluter Marktführer. Baut unglaublich gute Kameras für das Vollformat-System. Aber auch die sind mir schon wieder zu groß tatsächlich. Also das hier ist handlich und also handlich in Anführungsstrichen und die Objektive sind unglaublich gut. Ich kenne das System in- und auswendig und wenn ich es in die Hand nehme zum Fotografieren, habe ich einfach nur Spaß. So, dabei will ich es bewenden lassen. Vielleicht hat euch das ein bisschen interessiert, mit was fotografiere und filme ich. Was so ein bisschen Technik-Nerd-mäßig, was steckt hinter dem Ganzen, was wir hier machen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo-Knopf nicht vergessen. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, bei dem ich bis jetzt noch nicht weiß, ob es um Kameras, Medizin, Musik oder Audio-Equipment oder eben unser Kernthema Elektromobilität und regenerative Energien geht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.